Das Buch Klick-Mich von Julia Schramm hat sie aufgeschreckt. Sie sind unter uns und sie nehmen, was sie sich downloaden können. Sie sind Digital Natives. Man sieht sie nicht. Sie leben im Netz. Doch jetzt kommen sie raus. Und sie haben Hunger. Sehen Sie, in einer Koproduktion von HBO, ZDF und Sky 90 die Fußballdebatte. The Walking Fats. Nichts für schwache Nerven. Besser, sie haben eine Pizza im Schrank, wenn sie kommen. Und schalten sie um Gottes Willen ihr WLAN ab.